das wird nicht lang so zu risikohaft wir brauchen halt auf alle fälle genug produktion für die tags und die anderen für die tycoons eigentlich eher umgekehrt er jetzt war für die tycoons und dann für die tags weiß nimmt sich ja nix ne lang nicht das kann ich treten wenn mich die intervention des weltratspräsidenten ist abgelaufen da brauchen wir algen hier auf dieser insel und produziert geheime zutaten und da okay die beiden könnten wir ja da rein das wird auch nicht lang machen hier oben dann so eine reihe je nachdem wie groß sie sind 1 wenn ich die dreh sehen die so aus ich glaube das ist ja der haupteingang lassen was immer so na toll so platzieren wir den aber auch noch mal um was natürlich ein kolossaler fehler war so dann können wir hier auf alle fälle schon mitnehmen 33 das passt mir jetzt eher gesagt besser als bild dass selbe machen wir hier naja was das selbe machen wir hier so viel dazu dass da machen wir das so kloppen wir unten die insel einfach mal schön voll dann habe ich ja eigentlich ein nur das ist die falsche insel das wollte ich jetzt gar nicht für hier brauchen wir so oder so noch ein frachter der darf dann drei wege fahren machen gleich mal zwei wir machen nur eins eins weniger er ist ja dafür da also die schwertfisch genau algen haben wir maximum da super eine neue route und die nenne ich jetzt nur mal dias na die so eine neue route soll dazu und zwar von hier nach hier nach da wir fangen da an darüber und dort hoch so ist es auch richtig ich bin jetzt gerade so ein bisschen schreibfaul ich hätte das eigentlich von anfang an so machen sollen nach t das land so eigentlich wir laden hier ein allen laden dort aus allen laden allerdings ein nette lustige pillen und laden diese bilden dort wieder aus und die schwertfisch als schiff und das ganze kann starten so ein neues fahrzeug mal da rein du darfst wieder weg und wir kümmern uns natürlich und unser atomar das problemchen da gut wir haben dort unten 74 also passt das noch dann hätte ich natürlich denken sollen das land natürlich nicht noch mal fahren gut dass ich danach geschaut habe jetzt vor allem so die warten natürlich jetzt noch auf ihre produkte und wir brauchen hier auf alle fälle noch eine dritte dann haben dazu ein warndepot so als nächstes die da hier zwei stück machen wir da wieder sowas hin und dann könnte man da noch mal drei omega verarbeitungsfabriken drei chemiefabriken aufbauen und schwupps werden wir glücklich und zufrieden so wir brauchen mangan knollen das bedeutet wir haben hier unten sogar ressourcen da das ist natürlich formidabel stimmt da hätte ich sogar zweimal das funktioniert bei denen die stecken ja die stecken komischerweise wieder die anderen haben wir nicht gesagt schade eigentlich die abbaugedünse teile da für die minenkonvert 1 2 3 4 verschlechterung im gesundheitszustand der bevölkerung registriert 1 2 ja klar aber auch alles überhaupt gar kein thema du fährst dorthin gibst mal ein paar bauzellen ab und wir sind hier relativ negativ mit unserer umweltbilanz gerade zu tage was mir nicht gefällt aber umweltbilanz gerettet und was war jetzt eigentlich als forschung fertig trägerwellen naja gut okay und welchen bereich das wäre jetzt zum beispiel auch sehr nett wenn man jetzt sagen würde kriminalitätsrate erreicht kritisches niveau natürlich schon sehr nett wenn die jetzt sagen würde pass auf das ist da irgendwas mit amplituden wert würde ich strom vermuten ja die dürfen meinen ausnahmezustand gehen hätte man bei den tycoons vorhin vorbeischauen müssen dann hätte ihr mal was gesehen von wegen ne aber strom waren wir vorhin schon bei 34 ich habe keine ahnung das entwickeln die anderen sind noch wenn man natürlich alles in eine richtung entwickelt dann ist es natürlich kein problem dann weiß man ja einfach ich muss dann danach schauen dann finde ich das schon aber wenn man dann halt mehrere hat für mich und in mehreren dann macht wenn man so natürlich noch noch mehr dort hat dann wird es noch unübersichtlicher das ganze ist natürlich auch nicht so dass war so registriere rückgang der kriminalität sehr schön dann darfst du übrigens zurückfahren mein freund und die warten hier immer noch auf kohle eine kohle insel werde ich jetzt bestimmt nicht beginnen nee das sehe ich gar nicht erst ein so gehen wir nach unten und das war jetzt aber gerade mal ein bisschen ein harter leck registriere verbesserung der ökobilanz gott sei dank die beiden sollten vorerst doch langen was bedeutet wir können diese nette route noch mal kurz ein passen so einladen da da ausladen da da so richtige reihenfolge bitte ist er fürs auge nicht nichts nichts anderes so sehr schön dann hätten wir das problem ja eigentlich schon mal gelöst produktions stillstand dann hätten wir dieses problem ja vorerst mal gelöst omega säuren machen wir genügend der stimmt okay die können hier die können hier noch gar nicht an die können noch gar nicht anfangen selbst wenn sie es wollten können sie nicht das gebäude nicht da hinsetzen sollen naja gut die macht wie ist denn ich schlieb über bilanz werte steigen ja perfekt so um die unix ist frei beziehungsweise da schaue ich jetzt aber trotz alledem erstmal nach so müssen wir mal runtersetzen wie viele handelsruhen so sind da auch nicht ich müsste eigentlich nur gucken ob ich sanse oder irgendwas habe die könnte ich noch mal die will ich nicht stehen lassen trust fährt eigentlich auch nun da vorbei gut sehen das war die ganz lange gesundheitszustand der bevölkerung stabilisiert okay dann machen wir da halt hätte ich ja drinnen bleiben können warum will ich den mais geben meist war schwachsinn die brauchen die politik anzüllen den müsste ich eigentlich nur das biopoly mehr wenn es über oder unter wasser erzeugt über wasser über wasser ich hab gedacht das war unter wasser ok das so hier war unter wasser ähm darum war ich der meinung es geht unter wasser ah ja jetzt hat leid jetzt hat ich wusste doch irgendwas war da irgendwas war mal ach ja das könnte ja so einfach sein so wir hätten aber genügend materialien da so ja gut dauert ein paar minütchen aber kriegen wir auch hin ok das bedeutet die brauchen ja eigentlich nur das zeug ja wir fangen aber von ganz unten her an würde ich fast sagen und zwar neuroimplantate die waren zumindestens darin gelten wie sehr gut in den sinnen komplett unter wasser genau und das da bräuchten wir ja auch nicht so deswegen wollte ich das schiff nämlich eigentlich hier haben um das ganze mal abzuernten und ich glaube mit den neueren plantaten habe ich auch schon wieder ein bisschen schwachsinn gelabert weil die war nämlich nicht hier aber auch nicht hier aber auch nicht hier verschlechterung im gesundheitszustand der bevölkerung registriert ja ok wie sieht es denn eigentlich allgemein mit denen aus ach ich brauche hier unbedingt mal genau das da eigentlich ok die Immunpräparate letzten Endes kann das Gebäude mal weg 39 machen da ziemlich viel als wenn das natürlich stark nach oben geht würden wir das auch aufhören funktionelles Essen sieht es immer noch ganz bescheiden aus das holen wir ja mittlerweile eigentlich von hier da sieht es natürlich ein bisschen bescheiden aus weil die bringen das jetzt natürlich auch erstmal hier auf diese Insel und da haben wir wie viel Platz kann man nicht einfach sagen hey pass mal auf dein Lager ist so und so groß hier will ich das Lager absichtlich groß halten ähm auf der anderen Seite haben wir ja hier nach unten hin auch nochmal wirklich Platz bis zum geht nicht mehr so dann werden wir hier nochmal ein Schiffchen beordern Werkzeuge dort herunter zu liefern wir sind schon an der richtigen Insel ne ja schon irgendwo dass er nicht angepisst war weil wir nichts bei ihm getan haben naja sollen mir recht sein bedenkliches Niveau Krankenhauses in der Nähe ist eingedämmt das geht zumindest schnell Unterhaltung toll super du sollst da hin komm her so Produktion gestattet öffentlich entwickeln das ist natürlich wieder keins frei ist aber auch nicht so schlimm und tragisch ähm weitere Formel verfügbar dann fällt mir ein Kupfer nö ok hat mir das nicht auch hier hoch gebracht war mir dann nicht mal was in dem Sinne ich 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 rute hier schon bei den Städten herum das ist ja gar nicht mehr herz allerliebst so ähm neue Formel was haben wir denn ähm erweiterte Spulenbatterie Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert sehr schön erweiterte Spulenbatterie also ich mache ja jetzt mittlerweile nur noch öffentliche Gebäude so auf plattern ja da ist das da Information ach guck mal einer an Amplitudenmodulierte Trägerwelle hört sich irgendwie radiomächtig technisch an ähm verbessert alle Bedürfnisse das heißt Information Energieverbrauch minus 50 Einflussbereich ist natürlich auch genial und ihr Potential korrespondiert präzise mit den Bedingungen dieses Auftrags ähm ja das ist definitiv machbar komm jetzt verschwind mal verschwind hau ab danke erweiterte Spulenbatterie also ich bin nicht blöd ne zumindest glaube ich das zumindest mal aber wenn ich mir das so anschaue irgendwo naja jetzt macht man schon nur eine Richtung trotz alledem noch in irgendwas geforscht man weiß nicht in was naja was soll's was soll's was soll's vielleicht war da auch doch nochmal was anderes eingestellt das ist natürlich auch sehr gut möglich so ähm neue Formel entdeckt so dann machen wir das mal da rein und dann machen wir das mal da so und das holen wir auch raus sehr schön dann sind wir da zumindest schon mal gut bedient wobei jetzt natürlich die Frage ist passt das Ganze hier überhaupt noch rein irgendwo ja passt noch sehr schön super super bushy so ähm ja gut komm was soll's das reist jetzt auch nicht raus dann werden wir uns hier unten noch um Algen kümmern das ist ja auch wichtig es nutzt ja nix wenn die ausgehen das wäre ja eher fatal so und das Ganze noch mal auf die Weise hä was jetzt kaputt ach Kinder 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 Kiddies Kiddies jetzt brauche ich das halt mal was so ist mach ich da jetzt gerade echt irgendwo zu ach Gott mh ja okay Marke Eigenbau selbst self fail so ist es nämlich ähm j das braucht drei wenn ich mich nicht täusche ja ein zwei drei dann nochmal eins zwei das passt sogar rein okay 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 ich habe verstanden wir haben verstanden nee das braucht nämlich auch drei ne ja so ist es nämlich hier so mit aber auch ähm hm ja hat wohl nichts anderes übrig ist so zu tun oder zu sagen okay das läuft nur mit zweien ist aber auch blöde irgendwo dann lasse ich das da mal offen das kostet ja auch immer wieder nur ein paar Ressourcen Gott sei Dank das ist ja nicht so als machen wir uns nichts vor das ist natürlich dämlich es so zu machen aber okay so dahin was mache ich da jetzt eigentlich gerade für ein Ding ein bisschen mehr Konzentration und ich frage mich warum der Bildschirm in letzter Zeit so komisch blinkt wenn er speichert es ist nämlich so ätzend dass immer wieder raus zu suchen wo das ist um dem ein bisschen entgegen zu wirken das ist ja auch mit einem ich natürlich das ist ja es aus dem Vielen Dank.